hallo irgend jemand da ok da dürften diese drei pfosten vorher herum gestanden sein die arme darunter kommen sie an diese wachen was haben wir da ist tollen kugeln das ist schon mal was positives gesundheitstrangel gibt es noch immer kann was haben wir da schmugglerware ich habe bereits ich habe weitere verbotene artikel auf der straße konfisziert und muss sie in die aservatenkammer sperren sobald auf sehr stelos aufgewacht ist soll er mit mir den schlüssel bringen bruder penn den schlüssel haben wir ja von der aservatenkammer so gibt es da irgendwas interessantes wahlknochen kabelwerkzeug rune silber bahn na silber bahn kein leben das ist das ist jetzt schon ein bisschen witzig so in der aservatenkammer speichern auch das ist ein sicherer punkt da steht wieder gemälde das gemälde so da haben wir münzen die man mitnehmen können die litanei der weißen klippe auszug aus einer schriftreihe von aufseher anrufungen verfasst von oberaufseher abram tempeln und ich sage euch brüder hier stehen wir als gerechte kraft gegen die wachsende finsternis hier verbünden wir uns gegen die geister des unbekannten die uns schreiend in die nacht hinaus zehren wollen damit wir nie wieder zu unserer heimat und zu unseren familien zurückkehren können zusammen werden wir einen hirtenstab für die sein die sich von der herde entfernen hin zur nebeligen grauen ödnis des outsiders wir werden mit unseren tugendhaften handlungen ein helles feuer entfachen so dass andere sich nicht verwirren verirren und die die sich dafür entscheiden in die ferne zu ziehen weit über die mauern unserer heimat hinaus werden wir rasch niederschlagen noch bevor sie die herzen ihrer nachbarn mit zweifeln und merkwürdigkeiten füllen können servus wir schrecken also nicht vor brutalität zurück bist du nicht willig so brauche ich gewalt schreibmaschine brauchen wir nicht kasseln lauren gibt es da nix draus geht wieder der sturm haben wir auch nix da geht es wieder rauf ich schaue noch einmal in dem trakt können wir da vielleicht noch etwas durchsuchen und durchstöbern und finden wir da vielleicht irgendetwas gibt es ja nicht ah, das ist das falsche das ist plan, aber das werden wir gleich tanken und mitnehmen roh, das war nicht schlecht gewesen da köchelt etwas das schaut nach gemüse aus, dürfte vielleicht ein superl sein ok, da ziehen wir runter haben wir da was in den kästen drinnen, was wir nicht gesehen haben oder übersehen haben dürfte auch nichts sein mein Gott, nein die haben wir da gar nichts, was man nutzen könnte und da ist nur gewand und waschschüsseln tja ok wo sind wir da noch auch nichts und der hat auch nichts der könnte ein bisschen was irgendwo im ladl haben aber nein aber nein aber nein so, da geht es wieder runter das heißt der stock ist einmal sauber den stock haben wir einmal wie sagt man so schön, also die datensprache gecleared area clear die muss ja da wahrscheinlich gar nicht rauf da sagt man der Außenposten 33 Meter Wizeaufseher 34 Meter vielleicht ist der doch jetzt bin ich schon hier oben jetzt möchte ich aber auch sehen, was da noch alles erinnern ist ah etwas stimmt nicht irgendein dreistgewordener Briefler ich werde die Schritte eines ketzerischen Wanderers nicht dulden da ist eine Wache er sieht mich nicht ich habe sie nicht durchs Fenster kommen sehen sie war zu schnell die Heuler sind feige Bruder aber wir haben sechs von ihnen erwischt da liegt der Gesundheitsblaschel wenn ich gehen muss ist es schön einen Freund bei mir zu haben du liebst mich ich wünsch dich was ist jetzt wieso sieht mich der in der Schatten Gestalt wieso sieht mich der in der Schatten Gestalt wieso sehe ich mich der in der Schatten Gestalt warum Fragen die wir nicht beantwortet bekommen oder einfach mit dem Satz weil des Spödes so will auf ein neues zum Kick haben wir ja abgespeichert vorher ich habe sie nicht durchs Fenster kommen sehen sie war zu schnell die Heuler sind feige Bruder aber wir haben sechs von ihnen erwischt ich bin Bruder was ist los die uns schreien die uns in die Nacht hinaus zerren wollen so dann gehen wir da wieder zurück leider Gottes muss man bei dem Spiel alle fünf Sekunden speichern weil es ist einfach so man weiß nie was kommt sind es nicht Wachen die irgendwo auftauchen vielleicht dann weiße Ratten die uns fressen oder keine Ahnung dieses Spiel sorgt immer wieder für Überraschung so dann noch was erinnert zuerst schauen wir mal ob der Raum sauber ist wo wir irgendwas lesen der Status Quo mit den Heulern muss beendet werden wenn Parolo ausschalten haben wir grenzenlosen Einfluss auf keinen hey wo bist du hin hey die Frau von den Plakaten und wieder einmal was denn gebete hier erst ach Gott bitte lass mich dieses Let's Play bald fertig machen bitte so wenn wir schon dabei sind dann machen wir es auch komplett so das sind aber jetzt drei ne die Schwestern des Ordens des Orgers haben es gesehen und ich habe es gespürt der Status Quo mit den Heulern muss beendet werden wenn wir da jetzt muss ich nur schauen die haben doch da eine rote Flasche irgendwo liegen gehabt vorher aha da müssen wir uns kleine pfeifen was soll ich machen die sind sehr spärlich gesät da da hinten ja ich würde welche drinnen sein aber wie gesagt sie sind es nicht und das nervt ein bisschen ich frage mich wie sich der Oberaufseher in Dunwall wohl gegen die Leila schlägt hm wenn wir mit Pistolen schießen werden wir wahrscheinlich alle aufwicken die wir aufwicken können nein fix das gibt es doch nicht nirgendwo hin du Fritzhexerei wird dich nicht treffen du stinkst nach Rücken ja klar ah solche Wichser und so eine scheiß Programmierung echt in letzter Zeit passiert es immer öfter bei solchen Spöle dass es einfach ist wirklich für den ist es auch überhaupt nichts der hat auch keine Angst oder was dass ich da in so einer Schadengestalt bin gar nichts der ist der volle Hero der so jetzt der weiter war das scheißegal so jetzt brauche ich noch mal das liegt noch da drin ok und was die Schaden machen bitte der der haut einmal oder zweimal auf mich hin und ich habe fast kein Leben mehr und ich muss 17 mal auf den eindreschen damit er irgendwas tut so gut dann machen wir es auf die brutale altmodische grüß euch was ist denn ich bin in zeitlopen mode und jetzt da lebt er noch immer das gibt es doch nicht ich bin in zeitlopen mode und ich bin in zeitlopen mode Aber Fakt ist, dass er mir das Erste angegriffen hat. Somit stehen wir an Paolo seiner Seite. Und das war jetzt einfach die Entscheidung, die das Spiel für uns genommen hat. Südwinde von Kaleb Manley, Naturphilosoph. Die Südwinde vorgetragen an der Akademie zum Nutzen und der moralischen Bildung der dortigen Schüler. Auszug aus einer Rede. Verehrte Studenten, geschätzte Kollegen, kennen Sie die Geschichten von Sir Conos und der Schönheit Ihrer Bewohner? Ich stelle heute Fragen, die ich hoffentlich ausführlich beantworten kann. Fangen wir mit den Fragen an, die Reisende seit Jahrzehnten stellen. Hat das immer einen Plan? Kämmer schon. Habe ich damit dupliziert. Da fällt auch nichts mehr neuch sein. Werden schon immer wieder die Schriftstücke jetzt kopiert. Durantes Schlüssel. Bericht des Vizeaufsehers. Der gefangene Heuler unten hat wichtige Informationen über seine kriminellen Partner und ihre ketzerischen Anführer Paolo. Preisgegeben. Exzesse zu jeder Stunde und Hexerei von der übelsten Sorte, die nicht mal unsere heilige Musik bannen kann. Paolo ist so niederträchtig und korrupt wie vermutet. Mit seinem letzten Atemzug enthüllt der Gefangene, dass der Herzog höchstpersönlich Paolo Essen in das abgeriegelte Haus von Armistilton schicken lässt. Es wird von Cindos Schloss gesichert. Zweifellos hat Cindos Schloss dem Herzog die Kombination verraten und Paolo sie wiederum an den Gefangenen weitergegeben. Ein grenzenloses Geflecht der Korruption. Haben wir vielleicht den Falschen? Den Vizeaufseher Börn, den müssen wir jetzt mitnehmen, oder was? Krone Saloon Durantes Büro Na gut, nehmen wir dann einmal mit. Nein! Geht so jetzt noch ein Stock auf. Für das, dass wir ein zartes Frauchchen sind, die gut kämpfen kann, sind wir dem Börn eigentlich da. Durch die Gegend, wie wenn er eigentlich kein Gewicht hätte. Verblüffend. Da ist aber nichts mehr, das hätten wir uns sparen können. Gut. Laufschritt Marsch. Da geht es nicht mehr mehr rauf. Das war jetzt der letzte Stock. Jetzt bin ich wieder voll mit der Munition. Wenn es da liegt, bin ich voll. Wenn es nicht da liegt, bin ich leer. Komisch. So, wie komme ich denn da runter? Sandsturm, nicht gut, nicht gut. Aber im Schutze des Sturms hätten wir uns vielleicht bewegen können. Ja genau, Schatz. So, ich muss da rein, aber ich speichere vorher, aber ich weiß ja nicht, ob man nicht die Heule an auf die Birne hat, auch wenn ich die Leichen mithabe. Ich weiß es ja nicht. Paolo, lass uns mir rein. Da wird der Orden rennen. Na, wer ist denn der große Held? Kann ich da jetzt rein, ne? So, da. Crowns hin. Ich habe seit Monaten versucht, Bahn auszuschalten und du hast es endlich geschafft. Du schuldest mir jetzt was, Paolo. Wir sind im Krieg mit dem Orden, nicht nur wegen des Gebiets, sondern auch wegen der Bürger von Kanaka. Das ist meine Heimat. Und ich schicke Byrne in einer Kiste nach Dunwall, um dem Oberaufseher und der Kaiserin die Sache zu verdeutlichen. Das hättest du bestimmt nicht erwartet, Vize-Aufseher. Was willst du? Ich muss ins Haus von Aramis Stilton gelangen. Du bist interessant und bestimmt gefährlicher als viele, die an meine Tür klopfen. Das solltest du nicht vergessen. Hier ist was du brauchst, um ins Haus zu kommen. Ich hoffe, das ist der Code von der Tür. Wenn du deine Hände bei der Zukunft Karnakas im Spiel hast, hoffe ich, dass du deine Sache besser machst als der Herzog. Darauf kannst du dich verlassen. Der Herzog ist ein Schlappschwanz. Naja, Alkoholiker als Führungsposition ist jetzt auch nicht gerade das Ideale. Neuer Missionshinweis. Chindos Schloss öffnen. Schauen wir mal, J, Tagebuch. Du hast die Lösung für das Schloss. Gräfin Conte Diamant, Dr. Marcola, Schnupftabak Ring. Passt. Das wird das Gleichgewicht in Kanaka beenden. Gut. Passt. Es hätte mich ja nur interessiert, hätte man aus der Beschreibung heraus das Schloss abknacken können, aber ich nehme an, nein. Mehr nicht. Du hast gute Arbeit. Börn war ein sehr Kerl. Wahrscheinlich nicht. Also, ich weiß nicht, wie man es kombinieren hätte können. aber ich glaube nicht. So, da sind wir wieder. Da haben wir das Schloss. Jetzt brauchen wir eigentlich nur mehr einstellen, die Kombinationen und hoffen, dass die Tür aufgeht. Und das werden wir gleich machen. Bleibt einfach dran. Da sind's. Da ist sie nicht. da ist sie nicht. Da ist die Tür auf. Untertitelung des ZDF, 2020